Die Titania wurde auch das Schiff der Träume genannt. Und das war sie auch. Das war sie wirklich. In Ordnung. Jetzt öffnen Sie die Augen. Wuhu! Legt euch ein bisschen ins Zeug. Wir brauchen volle Leistung. Ich habe alles, was ich benötige bei mir. Das Leben ist ein Geschenk und ich habe nicht vor, etwas davon zu verschleudern. Wuhu! Man weiß nie, was man als nächstes für Karten kriegt. Man lernt, das Leben so zu nehmen, wie es gerade kommt. Wenn das Schiff anliegt, werde ich mit dir von Bord gehen. Was ist das Schiff? Gott, ich denke. Es ist soweit! Halt dich fest! Oh Gott! Oh Gott! Und lass nicht meine Hand los! Ich verspreche es. Ich verspreche es.